O trauert nicht um seinen frühen Tod, er lebte nicht, er war ein Morgenrot, das in der Zeiten trauriger Verwirrung zu früh uns guter Tage Hoffnung bot. Wir sind hier im Schloss Charlottenburg in Kopenhagen. Mein Porträt, das ich so reinlich wie möglich arbeitete, bewirkte mir beim Professor Abilgar, die Erlaubnis auf seinem Zimmer zeichnen zu dürfen. Immer wenn ich ein Selbstporträt von Runge sehe, fühle ich mich ganz stark fixiert, ganz stark durchdringend angeguckt, aber er hat sich ja selber im Spiegel so angeguckt. Ich bin Paul Runge, Philipp Utter Runge ist mein Ur-Ur-Urgroßvater. Nach meiner Idee nun soll man nicht allein beim Entwurf eines Kunstwerks den schicklichen Gegenstand wählen. Sieh, lieber Daniel, dass ich für mich allein bloß eine Höhe in der Kunst zu erreichen suche. Was ich mir wünsche, erstlich bei euch und mit dir zu leben, dann, dass Pauline mein wird, doch nicht eher, als bis ich zu euch komme. Wir können sehr glücklich miteinander leben, wenn wir uns nicht selbst unser Glück verderben wollen, durch Lässigkeit und Nachsicht gegen uns selbst. Es ist der Tag und es ist der Monat und es ist die Jahreszeit und es ist das Lebensalter und alles ist in einer kleinen Blume drin. Also das Schillern der Bedeutung, die aber präzise bestimmt sind. Also der ist ja altmodisch und vorausgreifend. Die alte Allegorie ist noch bei ihm drin, aber es ist auch gleichzeitig auch als Gedankenkunst, ist vorausgreifend. Ja, der Grundierungsauftrag ist ja auch ganz gleichmäßig. Da sieht man ja jetzt nicht irgendwie so ein gestisches Pinseln oder Spachteln. Das ist ja wirklich ganz dünn und gleichmäßig ausgeführt, ja. Maria und Josef haben mit dem Kinder am Abhang eines Berges die Nacht ausgeruht. Der erste Sonnenstrahl fällt über die Gruppe und das Kind langt mit der Hand hinein. Die sind kaum erhalten. Und hier hat man eben auch wirklich den Nachweis, dass Runge selbst zerschnitten hat, da sich auf der Rückseite vier Fuchsköpfe befinden auf diesen vier Fragmenten. Meine Abhandlung über das Verhältnis der Farben denke ich bald an Steffens zu schicken. Ja, wir sehen hier eines der großformatigen Aquarelle von Philipp Otto Runge, was den Titel Die Freuden der Jagd trägt und was er 1802, 1803 konzipiert hatte. Aber diese Umsetzung geschah dann erst im Jahre 1808. Ich sehe dich in tausend Bilder, Maria lieblich ausgedrückt. Doch keins von allen kann dich schildern.